Mein Herr und Meister ist verliebt in euch. Ach, diese Liebe müsst ihr lohnen. Selbst die schönste Frau der Welt sollte das mal zu schätzen wissen. Wie liebt er mich? Voller Kniefall. Er wird meinen, die Briefe, die du ihm zuspielst, sind von meiner Nichte und sie sei in ihn verliebt. Ich scheu, sei schwärm genauso stark für ihn und sie in ihrem Irrtum scheint in mich vergabt. Was nun? Das ist die Schrift der Lady, so wahr ich mal wohl, Jobin. Sterne, hab Dank für dieses Glück. Hallo, süße Lady. Denn dieser ist es, den ich liebe so sehr, wie ich in meinem Leben eine Frau nie lieben kann. Und wenn ich lüge, bringt mich um. Ich liebe diesen Mann. Da wurde mein großes Maul plötzlich zahm, denn es regnet Regen je.